Setz dich hin! Schuhe auf! Schuhe auf! Mann! Wolltest du nur beim Feuer, was müssen Sie? Nebje! Ich werde es jetzt über ein Los sind! Nein! Das ist ja echt ein Abendlos! Mann! Mann! Nebje! Nebje! Jetzt reicht es mal! Es reicht jetzt mal! Es reicht jetzt mal! Es reicht jetzt mal! Du! Erst in die Hohenreise! Hau! Nebje! Hau! Hau! Hattest du auf Ohren abgesehen? Ja! Es ist echt gnadenlos! Ehrlich, was? Ich bin im Mio! Aber guckst du dich wie sieht das an! Und es ist mit dem Token ganz weich und scharf! Ja! Ich bin im Mio! Na aber du bist du? Hmm? Ich bin im Mio! Möchtest du gerne ein Pünnel dazu? Ich bin im Mio! Ich bin im Mio! Ich bin im Mio! Tschüssig, ne? Ich bin im Mio! Ich bin im Mio! So lustig. Es fühlt sich so lustig an, wenn das nur seinen Pfoten zu packt. Die so, ähm, sind Handschuhe anhat. Papa! Papa! Papi! Kann ich die Schuhe heute anschieben? Was kannst du machen, Emil? Papa! Papa! Ja! Opa! Dann zieh jetzt meinetwegen an, du! Ja! Du! Du! Nicht mich streifen! Du! Nicht mich! Freifen! Du! Du! Nicht mich! Freifen! Wir brauchen noch eine neue Kühlerfigur! Fürs Auto! Was ist das denn? Du! 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 Das Eichhannchen ist wieder da! Hier! 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 Hier, bei Micha. Auf der Schulter. Guck, hier ist das. Oh, süß. Oh, süß. Alles ganz so südreich. Das kannst du so sagen. Aua! Was ist der Kuschel? Das zieht jetzt ein bei dir. Sieht so aus. Hier kommst du da rein. Aua! Die Speisen. Hast du denn noch ein paar Nüsse? Hartes Brot habe ich. Das war's.